ja und damit herzlich willkommen zu unser siebten promo game mit dabei ist wie immer der niskel auf geht es höchst du beim redner ich helfe dir beim retten natürlich ohne aufwärmen geben diesmal wir werden alle kreppieren ich weiß nicht darüber gewollt hat wahrscheinlich war mal kurz hier dann sieht er mich noch nicht das meinte rappe sowieso das kann eigentlich nicht hier passieren naja ja oder smart smart ich ja mal schauen wahrscheinlich so ich hoffe er ist auch ganz brau auf der lane alles gut verpasst die xp verpasst die xp ich hab schon zwei lasers verpasst die ersten beiden ja ist auch schwer im dschungel irgendwie lasse zu verpassen meinst du nicht die ersten paar level auf der lane habe ich eh nichts zu melden gegen darius wo er war kann aber top kommen ich glaube erstmal im cover dann sind wir lieb ich stehe halt unterm tower also ja ich warte bis zu level 3 müssen das ist aber beide kommen wahrscheinlich geworden oder ne 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 ok gut dann warte ich jetzt die werte ein bisschen klein ist nimm deine pots oh shit 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 oh 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 Du bist ja auch so pervers Stark ok Der Lee ist immer noch da können sein dass der hier in die Büsche rankommt oder so naja jetzt nicht mehr ne stand dir grad noch an deinem board drin ja aber kann sein dass der außen rum in die Büsche geht no mal gucken du hast ja volles leben und dann weh ja ja ich hab volles leben aber auch einen potten unfalls und den last hätte ich aber gern gehabt ich werde ausfahren bis aktuell dagegen kann ich auch irgendwie schlecht was machen das war schlecht naja wer hat das aufgeben spielen sollen egal wir gewinnen auch das jetzt so wir schaffen das irgendwie der fresh ist nicht nützlich aber immerhin haben wir das fast dazukommen ist auch was jetzt krasse unter dem tower last ich hab den auto attack echt noch gecancelt das ist das für ein slow bitteschön jetzt ist er level 6 jetzt machst du gar nichts mehr jetzt support ich mich erstmal weg verpasst zwar eine menge farben aber es geht nicht anders normalerweise wäre ich jetzt schon fast 6 schade ja also ich hab mir das mal rüstung gekauft kann stumpf naja wer hat ja halt beim gang nicht viel helfen können damit versuch einfach mal die anderen lens nach vorder zu bringen ich muss hier oben so lange genug durchhalten die liga hat auch noch nicht viel auf der reihe gekriegt naja das stimmt wohl ich hab halt dann kann es gerne vorbeikommen ich hab halt irgendwie sogar dass ihr uns beide macht ja gut das Problem ist jetzt dass die Welle viel zu sehr gepusht ist naja gut die resettet gleich die pusht ihr jetzt in seinen tower rein grad ok gut das dauert ja noch ja ja also kann es doch das dauert ja es kommt frühestens nächstes oder nächstes holen alter die creeps verarschen mich gerade ich hab zu lange kein loll mehr gespielt das ist ein richtig mieses game grad von mir ich auch nicht wenn es sich tröstet gut dass der support die kills bekommt so jetzt alter alter war richtig spiel scheiße ja da ist immer so ein champion da weiß ich nie ob ich den bann soll auf der lane ist es einfach abartig gegen ihn aber halt später ist er so ok er ist halt da aber irgendwann ist auch nicht mehr so die große bedrohung ja gut aber eins gegen eins ist ja immer mies ja auf der lane ist er schrecklich ja nicht nur als während der lane fahren sondern auch nachher ja ja klar ja ups gut ja ja Ich hasse Darius, ich hasse Darius. Oh Gott, du hast ja gar keine Farm. Nee. Alter, der outfällt mich unterm Tower, wenn man einen Tower auf ihn schießt, also da, ja. Muss ich irgendwie positionieren? Ich bin grad schon froh, dass ich nicht gestorben bin. Na gut. Ich glaube, das traue ich mich nicht, hier zu denken. Könntest du schon machen. Ich hab nicht so viel Leben, deswegen. Achso. Ich kann aber jetzt gerne kommen. Also der war halt erst nur einmal weg, deswegen, der hat sein ganzes Gold aktuell noch in der Tasche. Ja, ich hätte aber nur 600 Leben, und das macht ja Darius schon bald. Ah, sehr gut. Pfff. Der wird zu sterben. Der wird zu sterben. Komm hierhin. Oh Gott, ich hab tatsächlich zu wenig essen. Was? Nimmst du ihn? Oh Gott. Wir hätten da noch mehr im Gegenmachen sein, das ist geil. Wer wärs das jetzt? Ja, das ist halt sein Q, ne? Warte mal, bist du da? Oh ja, ja. Äh, das ist das. Oder es sei denn, du kannst ihn in den Turm rein, aber... Ja, das ist grad die Frage. Oder gegen jemanden. Sehr gut. Nice one. Ah, da können die Bälle noch pushen. Ja, das kannst du nicht machen. Ich... Gebe. Da muss ich meinen TP nicht benutzen, um zurück auf die Länge zu kommen. Oh, ich... Äh, jetzt können... Sind wir killed. Naja, aber alter, der Schaden, das ist so pervers, was der macht. Ah, was kaufe ich mir denn als nächstes? Hm. Wird schon passen. Aber gut, dass er nicht so schlecht ist. Das Spiel wahrscheinlich schon... Ja. Also ich hab jetzt auch TP ab. Jetzt kannst du wirklich Drake machen an sich. Ja. Und Darius benutzt grad seinen TP auf die Lane. Jo. Boah, der Blackley war fertig, ich bin sowas von im Arsch. Ja, ich geh Red Buff, dann können wir ihn... Der hat keinen Flash mehr, ne? Nee, der hat keinen Flash mehr. Ich aber auch nicht. Ja, aber ich wieder. Nee, nicht, dass das den großen Unterschied macht, aber... Grunde genommen kann ich gucken, ob hier ein Mord ist und direkt wiederkommt. Der müsste... Nein, nicht ausgelaufen sein. Okay, ne, ist auch. Ist auch. Ein bisschen sehr früh... Ja, nice one. Komm, wir nehmen Tau, wir nehmen Tau, wir nehmen Tau. Naja, ja, ja. Ist recht, ist recht, ist recht. Ich hab Red Buff. Kriegen wir sonst nie. Ja, aber Red Buff. Ja, aber ich meine... Gut, die unten sind leider schneller. Schade. Nee, da TP' ich jetzt mal nicht rein. Ja, das weiß er nicht. Womit ist MVP. Naja, ich sag dazu gar nichts. Ich, äh... Spiel auch grad nicht besonders gut. Also, so war Amir und alles. Alter. Womit ist Prev. Oh. Oh. Wir dürfen dir noch nicht zwei Tower geben. Was sollen wir denn tun, wenn wir oben den Tower annehmen? Ah, dann lau ich mal bei den Augen. Ist die hier auch so schnell? Wow, die haben den Ward echt nichts gesjordet, ne? Nee, warum war's nicht? Die haben, äh, gespeepert beim Dragon. Und der Ward stand halt so ein Millimeter außerhalb. Also, wenn wir schnell sind. Wow. Soll ich boarden? Hm, kannst du. Hm, der Darius ist grad weg. Müsste aufpassen, der Darius kommt runter. Ja. Ja, wir passen auch. Gut, dann push ich oben weiter. Ja. Also, wenn ich boarden soll, schrei. Ja. Ja. Kannst du erstmal noch weiter pushen? Ja, dann bin ich grad dabei. Ne, ne, ne. Nice one. Oh, da kommt ein Darius. Oh, da kommt ein Darius. Okay. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Ich guck mal, ob Krabbe da ist, sonst... Das hab ich den Darius nicht gemacht, aber ein bisschen. Nicht bei uns. Ja, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich war halt nicht da, aber ich hab... Ja, der Darius ist wieder weg. Okay, ich hab den damals gefunden, der hat Krabbe gemacht. Okay, da hast du wenig Leben, um zu ganken. Auf jeden Fall. Da gibt's auch keiner mit Ding. Und kein Flash. Naja, du könntest ja mit deinem Gank warten, bis ich ihn zählt hab. Ja, ja, klar. Da geht ja eins gegen eins gegen mich. Ja, klar. Hm, 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 hm. Was will ich eigentlich? Okay. Okay. Die ist am Krabbe. Ja. Du musst mal gucken, ob ich der Darius jetzt wahrscheinlich harto reinpusht. Ja, passt auf die auf, ne? Ja, ja. Ja. Dann mach ich mich jetzt noch auf den Weg. Können die da richtig zerstören? Ja. Ja. Also, das Zivir kommt auf. Wir müssen jetzt allerdings mittel hin. Ah, Unami ist auch da. Damit wir mittel verspüren. Ich hoffe, Syndra geht weg. Nice one. Okay, die pushen hier oben weiter. Das haben wir leider keinen guten Wort in der Mitte. Aber ich mach ihn mal auf dem Weg. Jo. Ah, schade. Hat er es dann gerissen? Wir müssen auf der Base. Aber ist gut. Oh, die holt jetzt auch noch was aus und teils. Na, verdammt. Die werden ja nicht gestand. Ja. Komm ich nicht ran. Ah, schade, schade, schade. Wir können durchpushen eigentlich. Ja. Ja, wir können. Ja. Wir können probieren den Tower zu bringen. Ja, also eh mal den Tower und dann zwei, drei Hits drauf. Die Beine ist tot. Ah, shit. Ich hab sie noch erwischt. Aber nicht. Irgendwann. Wir können nach dem Grunde noch mal drücken. Komm, Jummi, Andi. Die Zivir sollte vielleicht nicht hängen. Ja. Siehste, läuft doch. Ja. Das wird jetzt auf B, damit ich rechtzeitig bei Top ankomme. Ja, die Cassio ist ein Problem, ansonsten. Wo? Ja. Oh, die Laterne habe ich zu spät gesehen. Ah, egal. Kriegt ihr die Cassio? Shit. Boah. Ah, Gott. Das war mal Schaden. Misty, der Misty fällt da hinten. Shit. Ja, das war mal Schaden. Wo ich aber auch absolut überhaupt kein Denkenes, aber... Hm? Ich hab auch sowas von absolut überhaupt kein Denkenes, ich meine. Ja. Ja, war im Grunde mein Fehler. Ich bin da zurück wie die backgeportet. Da. Das könnte am Rapper sein, Typ. Könnte da hingehen. Versuchen, den zu zahlen. Ja, gut. Ich muss kurz den Tower rausfuschen. Ne, der ist ja oben an den Columns. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Und dann. Ja, das ist ja oben. Ich bin irgendwo dran. Ja, das ist ja oben. Das ist ja oben. Ja, 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 aber die sind schon weg. ich werde nachher auf jeden fall gehen aber ja jetzt schon ein bisschen mehr wobei ich glaube ich das ja doch ist doch richtig da wollte ich jetzt nicht essen da ist der kill auf der sie wir wesentlich besser aufgehoben können drake an sich machen wir sind kassi und darius ich hab die kassio das war schlecht das war richtig schlecht sie gehen immerhin nicht zum baron sie gehen immerhin nicht zum baron das ist doch für die grad vollkommen egal ja ich glaube es war der eine kill am anfang ja komm nichts für passiert also wir machen gerade da ist es top dann lass uns den kill geht das wow das hat nicht gereicht von der dode schnell fünstern das ist ja okay ich warte noch baron dann komm ich in die mitte ja ich bin neben dem weg oder auch nicht ja pass auf da naja nicht in der position ich möchte ja eigentlich aber ich habe nur einen aus dem weg das ist ja Aaaaah, scheiße. Was ist denn, Leute? So. Es wird auch langsam die Vayne halt irgendwann gefährlich, wo sie 1-4-F steht. Ja. Aber gut, sie bedürft jetzt auch irgendwann. Alter, die hat noch kein, äh... KDR. Äh, kein Infinity-App. So. Ich geh schon, ich hab GP ab, also... Ja, ich muss vor den E-Moss. Okay. So. Er wird pushen. So. 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 Okay. 36 Sekunden für called. threw in the barrel? Nee. Also, wir clean auf jeden Fall unsere Vision da. Ja, 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 klar, ja. Okay. Die Vayne, die Vayne, die Vayne, die Vayne. Ich spiel für die, ich spiel für die Sinne. Ah, ich kann, ah, ich kann die Vayne nicht solo kennen. Ich hab noch keinen, äh, Eisbangardler. Oh, shit. Oh, Leute, komm, jetzt. Da muss der Flash kommen. Wie, jetzt erst Ulti? Was war denn das denn? Sieh wir. Ah, aber trotzdem war es in Ordnung. Willst du Baron machen? Nee. Nicht ohne Stivieren, wir haben kein Image. Ah, ja, gut, okay. Dann, äh, push ich Job raus. Ihr könnt Mitte machen und dann, ja, Bot rotieren wird zu lange dauern. Aber Dräger kannst du vielleicht noch machen. Nein. Ja, da ist aber. Ja. Ja. Hätte ich ein Eisbund Gaunt gehabt, hätte ich die Vayne halt direkt am Anfang solo killen können. Das war etwas bitter. Aber Trop's in guter Freiheit an sich. Ja. Hatte sie wir, äh, Ulti am Anfang nicht ready, oder warum hat sie so spät gezogen? Wir hatten das vorher, als wir bauen mussten. Ach so, okay, also da hast du ja ready geboren, ja gut. Ja, da hat er auch die ganze Zeit. Ja, da hat er auch die ganze Zeit. Ah, ist mir hier gewesen. Vorne 100 Gold, dann habe ich Eisbund Gauntlet. Also wenn wir Cassio kriegen, dann gewinnen wir. Wenn nicht immer. Ja. Weil die Vayne ist so schlecht. Äh. Okay, die machen grad keinen Baron. Ja, ich kann versuchen auf die Cassio zu gehen, das ist halt immer so die Entscheidung Cassio oder Vayne. Ja, keine Ahnung, das, wir müssen, wir dürfen uns halt nicht von der fetten Cassio ulti erwischen lassen. Ja, das ist eigentlich alles. Ja. Ist er ohne dich? Okay. Seh wir doch. Ah, schade, noch nicht getroffen, okay. Ah, okay, okay. I like that. Ja. Äh, Botlane Tower? Ja. Ja, obwohl er ist so weit weg gepusht, ne? Ja, aber wir können auch Mitlaner nicht kriegen. Ja, ich kann's face-danken, wenn du willst. Nee, lass uns dafür gepuschen. Wir haben doch gerade die Position mit. Ja, die rotieren gerade auch noch nicht. Ja, die gehen ja in die Westen. Ja, die gehen ja in die Westen. Indien sind auf dem Weg. Ja, nehmen wir gerade noch. Das sind ja ein Beispiel Nami oder was? Hast du ja gar nicht gesehen. Nee, Nami ist weggegangen, mein ich. Nami ist oben. Okay. Warten B. Ja. Warten wir nicht riskieren. Wenn du noch nicht basen musst, dann könntest du eigentlich mal Krabbe holen und auch beim Baron Krabbe holen, ne? Ja. Und vor allem mal den Pinkfot von den Klieren. Ja, genau. Dann haben sie eigentlich keine Wesen mehr. Also, äh, ich hab TP Notfalls ab. Wir müssen nur ein Wort stellen. Ey, wir müssen das nicht tun. Okay. Dann gibt's keine Krabbe. Okay. Dann gibt's keine Krabbe. Nein. Nein, ich hab halt immer Angst, dass die Barren einfach anfangen. Weil mit Cassio geht das echt schnell. Ja, gut, die haben wir gerne noch mal so ein bisschen dauernd schauen. Und ich muss gleich mal kurz nochmal zopfen, ne? Ja, ja. Gehen wir jetzt auf. Ja. Nach dem Weg. Geht auch jetzt auf, ne? Wir sind da mit Lender. Oh, nice! Okay. Äh. Wir haben Cassio und Vayne. Ja, wenn ihr an den Tower pusht, kann ich auf einen Minion-Tapin-Oil machen. Baren. Wird eigentlich für Baren sein. Ja, gut. Ich komm sofort. Haben wir kurz Chop in Slowpush gesetzt. Oder hoffentlich Slowpush. So ein halbes Slowpush. Okay, okay. Gut. Der kann ja nicht rein. Der kann ja nicht rein. Ja. Wo sind wir jetzt hin? Achso, klappt ihr den? Mal oben. Lasst ihn, schießt ihn nicht zu fünf. Das lohnt sich nicht. Ach, wir so nicht. Also ist ja alles sicher, der läuft jetzt zu unserer Base. Ja. Time-Rest. Time-Rest. Time-Rest werden wir doch gern. Können die Navi auch noch, aber schon mal rein. Natürlich ist die Kasse hier oben. So. Kommo, 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 kommo. Wuscht mal weiter. Die Kasse hier oben. Halt dich hier oben. Ja, ja, ich bin gerade. Da ist das. Ja, ja, ich sehe es wieder. Ich glaube, ich hätte 2.000, die muss ich eben ausgeben. Wurde ich eigentlich klären. Ja. Ich wollte dich dann nicht noch länger allein lassen. Klar. Oh, nice. Okay. Wie dachte? Ja, ich bleibe gerade mal ein bisschen bei der Siege. Ist noch unser größter Damage-Garant. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, da die Syndra gar nicht da ist. Ja. Ja. Ich weiß ja das nicht. Ja schon. Was macht denn die Syndra da unten? Wenig Läden. Soll ich da hinten rein? Ich habe nicht mehr Läden. Ist egal. Komm, da sind nur 2. Ja, ich komme. Ah, fuck. Boah, macht die einen Schaden. Ja. Dynami? Ja, ich bin gerade bei der Syndra noch. Komm, ich komme, ich komme. Okay, okay. Dann werden wir noch bärbeln. Wir gehen einfach mit. Ja, genau. Wir kriegen mindestens die halben Turm. Ja, gut. Und Kassius da. Alter, mach die Frauen einen Schaden. Kommt her. Ah, ich denke. Da wird die Turm immer noch nehmen. Dami ist die einzige Idee. Ja, gelie. Der auf dich draufhaut, mein Junge. Ja, nehm da. Einfach nur den Turm. Ja. Ja, ignorier doch nicht den Lee. Ja, wieso? Wir brauchen einfach nur den Turm. Wir hatten nicht ganz viel Zeit und ich sterbe es egal, wenn wir den Turm kriegen. Na. Okay, die Vayne hat jetzt zumindest Items. Also wenn sie es mal ein bisschen anfängt besser zu spielen, dann kann sie auch redetun. Mhm. Ja, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, das ist ziemlich fette Resistenzen. Okay, 350 zu 240, da kann ich nicht mehr teilen. Ja. Fehlt noch... Ich brauche jetzt noch irgendein Item mit ordentlich Leben nochmal. Ja, Wandoins. Ja. Wandoins oder... Warmox vielleicht, mal gucken. Ja, vielleicht sogar das. Äh, den Sterex vielleicht auch. Ja. Oder Deadman's Blade. Finde ich auch noch. Vielleicht auch noch, ja. Weil ich Deadman's Blade irgendwie am Anfang schön angenehmer finde. Nachher würde ich eher so Wandoins gehen, den den ganzen. Ja, ich werde auch wahrscheinlich... Uaaaaaaaaaah. Okay. Na, ihr seid ja da. Okay, nice. Super. Ja, ich hatte irgendwie doch damit gerechnet, dass die mehr Schaden auf mich machen. Ne, nicht ohne Cassio. Naja... Die haben auch zwei Blackrieber. Weißt du, wie schnell die das dann losdecken? Und ne Vayne ist nun mal ne Vayne. Weißt du, was nice ist? Hä? Äh, ich glaub du kannst mit Poppys, äh... Äh, W, die Darius Ulti blocken. Also, ey, du kannst auf jeden Fall Rengar Q blocken. Das zählt einfach. Ja, aber ey, Nickel. Wer braucht Aufwärmspiele, ne? Ey. Alles klar, das war unser... Die ersten 20 Minuten hab ich immer auf den Arsch gespielt, also von daher. Ja, ich auch. Das war unser siebtes Spiel. Wir haben beide am Anfang hart gefehlt, aber... Man gewinnt es ja trotzdem am Ende. Äh, wir stehen jetzt 4 zu 3, ne? 4 zu 3, kann sein. 4 zu 3, ja. Nächstes Game. Nächstes Game und ciao. 1 4 5 8 9 10 10